Wenn aus Kacke Blümchen werden. Ich mach das den ganzen Tag hier. Wollen wir auf der Gitarre rausschwingen? Hätt's mal auch können. Ich bin zu dick. Komm zurück. Grüezi und hallo zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Books and Buddies. Wir sind hier auf dem Sub, auf dem Stand Up Paddling. Zu zweit, muss man sagen, hinter mir der Buddy kamen. Hallo, ich bin hier nicht, ja. Ah, Backboard! Wir haben nichts überlegt hier. Ich habe gedacht, es wäre mal ganz dufter, wenn wir hier auf dem Sub über den Sub sprechen. Quasi der Sub auf dem Sub. Nur schon wegen dieses Wortspiels lohnt sich dieses Video zu machen. Der ganze Aufwand hier. Ich weiß auch gar nicht, ob man mich sieht, weil ich habe kein Display hier. Weil das ist so eine Waterproof Kamera. Voll calm! Und ähm... Ich bekomm den Krampf so immer auf den Knien. Kann ich nicht setzen? Kann ich nicht setzen? Ich weiß auch gar nicht. Kannst mal schauen, ob man mich so sieht. Schau mal hier als Entenschwarm. Als Entenschwarm. Direkt voraus. Äh, was wollte ich sagen? Genau. Wie es der Titel des Videos schon verrät, geht es hier... Hab mal die Klappe hier. Geht es hier um den Sub auf dem Sub. Also der Stapel ungelesener Bücher, der Sub auf dem Sub, dem Stand Up Paddling. Ja, das ist doch mal eine innovative Idee hier. Wer hat es erfunden? Die Schweizer! Genau! Ich konzentriere mich hier mal wieder. Wie tief ist das eigentlich? Ich habe keine Schwimmweste an. Ist das sehpolizeilich erlaubt hier? Da schwimmt mein Kopf. Ich habe mir vorgesagt, du hörst mich gar nicht zu. Ich habe gesagt, da schwimmt mein Kopf. Da schwimmt mein Kopf! Jetzt, äh, ich bekomme hier den Krampf, Carmen. Also, Sub, Sub, was jetzt? Was jetzt so? Wir sprechen über... Mach weniger! Wir sprechen über den Sub. Kann ich sitzen? Kann ich sitzen? Aber... 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 So, also, es geht eigentlich um den Sub auf dem Sub. Ich bin nicht vorbereitet auf diese Frage. Enkel voraus! Carmen! Carmen! Ich muss entlasten kurz. Warte! 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 Jetzt haben wir die musikalische Begleitung! Und so fahren wir in den Sonnenuntergang. Momentan stehen wir, ne? Ja. Ah ja! Der Sonne ist schritt und alles glücklich sind. Ja! Die Können schwimmen rund um uns, auf dem Greifensee. also wir machen es noch mal wir machen es noch einmal noch einmal